Es geht weiter mit Let's Play The Witcher. Ich war gerade dabei, ein paar Verträge zu sammeln. Ähm, äh, Feiersteine bräuchte ich auch nicht. Der Gravier-Vertrag. Im Namen von König Volltest wird Stadtvog Velrad jeden belohnen, der fünf Gravier töten kann. Als Beweis sollen ihre Gebeine abgeliefert werden, alles klar. Und zu guter Letzt den Vaterer-Vertrag. Für die Fangzähne der als Flatterer bekannten Vampire, die Unruhe in Visima stiften, hat Stadtvog Velrad eine Belohnung ausgesetzt. Um die Belohnung zu erhalten, muss der Jäger Fangzähne von drei Flatterern vorliegen. Hab ich schon. Hab ich echt schon. Die hatte ich sogar noch. Sehr geil. Ähm. Was machen die denn da? Ist das irgendwer? Oder warum? Halten die ihre Waffen so? Gut. Dann wollen wir mal gucken, wo ist der Friedhof? Da vorne. Da werde ich jetzt hingehen. Um die Uhrzeit werden sich dort garantiert viele Untote herumtreiben. Und viele Untote bedeutet viel Erfahrung. Und viele Zutaten. Vielleicht entdecken wir dort auch etwas Neues. Etwas Spaßiges. Etwas zum Nasch. Friedhofstor. Der Friedhof, ja. Ist erreichbar vom Tempelbezirk und vom Entlerbezirk aus. Friedhof von Visima. Zum Sumpf werden wir dann auch nochmal zurückkehren. Aber hier haben wir ja auch nochmal so einen Ort, wo wir... Oh Gott. Ich hab jetzt mal das Spiel unterbrochen, weil das ziemlich plötzlich kam. Nein. 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 So. Ah, und ein Fußtritt. Und boom. Das ist übrigens eine neue Angriffssequenz. Boom. Und tot. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ein Ghoul. Ich hab echt vergessen, was ich sagen wollte. Danke, Greyweer, dass du mich so aus meiner Rede gerissen hast. Arschloch. Ich kann ja nachher einen Nachtrag machen. Wenn ich's hochgeladen hab. Dann weiß ich, was ich sagen wollte. Oder war das... Wollte ich sagen, dass wir so einen Sensor-Standort hier platzieren können. War das das? Ich glaube fast. Ein Flatterer! Nein, das wollte ich nicht. Ha! Flieg um und... Ha! 300 Erfahrungen, immerhin. Die bringen wenigstens noch etwas. Na, was haben wir bei dir? Ein Fangzahn. Da vorne ist eine Holztruhe. Hatte ich die noch nie geöffnet? Versuch es erst gar nicht. Du wirst scheitern! Ja. Jetzt will ich aber mal gucken, was in dieser Truhe ist. Süßigkeit. Toll. Sehe ich so aus, als würde ich gerne eine Süßigkeit essen? Nein. Stellt euch mal vor, Geralt würde mit einem Lolli im Mund durch Vesima latschen. Da würde ihn ja keiner mehr ernst nehmen. Und fragt sich jetzt, wo diese Stelle ist, wo ich den Sensor anbringen soll. Ihr wart auch schon mal stärker. Da ist er. Rettung. Und dort werde ich jetzt den Sensor anbringen. Tada! Gut, da vorne ist noch ein Gravy, ja? Ja. Bams! Also diese Sequenz macht ganz schön viel Schaden. Schaut euch das an. Wow. Da bin ich mal gespannt auf die letzten Sequenzen. So. Was haben wir hier? Grufteingang. Ich würde jetzt nochmal in die Gruft gehen. Vielleicht gibt es da ja was Neues. Also wenn man so ein neues Kapitel anfängt, dann gibt es meistens überall an Orten, wo man auch schon war. Neue NPC oder so. Sollte man drauf achten. Katze. Ein Aalghoul! Ah, ich wusste es. 165. Aber es ist seltsam, dass meine Hexer-Medallion noch vibriert. Ich dachte eigentlich, ich habe das Ding verloren. Sah zumindest so aus. Vielleicht war das aber auch irgendwie nur... Vielleicht habe ich das nach dem Stell-Dich-Ein wieder aufgesammelt. Was ist das? Gibt es irgendwas Neues? Außer Ghule. Noch ein Ghul. Ein Aalghoul sogar. Und es wird im Blut-Rotes-Licht getaucht. Weg! Wenn das alles war, dann bin ich enttäuscht. Gibt es nicht einen Untoten, der eine wirkliche Gefahr für mich bedeuten könnte? Nein! Diesen Leichnam habe ich schon. Ah. Versuche es nicht. Wie oft soll ich das eigentlich noch sagen? Da vorne ist noch... Ist das ein Neuer? Hatte ich den noch nicht geplündert? Honigwabe. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Hammelbein und Toussaint-Rot. Nö. Noch ein Ghul. Schade dir nicht, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Welche Stufe sind wir jetzt? 19. Wie ihr hier sehen könnt, wenn wir jetzt noch eine Stufe aufsteigen, haben wir das auch voll. Dann haben wir... eine neue Stufe erreicht. Also eine neue Metastufe sozusagen. Wir sind kein aufstrebender Hexer mehr. Dann sind wir was Neues. Ich glaube... ein erfahrener Hexer sind wir dann. Oder so. Irgendwie sowas. Was ist hier noch? Auch noch ein paar Gegner. Sieht nicht so aus. Komisch. Doch. Vaterer. Ich lasse mich nicht von dir unterkriegen, Monster. Wäre die Situation nicht so ernst, würde ich lachen. Weil die Viecher lächerlich aussehen. Guckt sie euch an. Sie haben... Sie haben nicht mal... Oh Mann. Die haben nicht mal Geschlechtsteile. Ist ja richtig... richtig schlecht. Oh nein. Jetzt geht's ab hier. Nein. Ah. Nein. Du hast schon wieder das falsche Schwert genommen, Geralt. Oder ich hab auf den falschen Knopf gedrückt. Komm her. Oh Mann. Ich muss sagen... Der Gruppenkampfsteal ist ganz schön overpowered. Der ist viel zu stark. Viel zu stark. Das wurde auch nie rausgepatcht, soweit ich weiß. Aber was soll's. Man muss ihn ja auch nicht so oft einsetzen. Ist das ein bisschen schwieriger. Aber wir brauchen noch 3.900 Erfahrung. Das ist so viel nicht mehr. Also von daher... Trotzdem werde ich jetzt diese Gruft verlassen. Auf Wiedersehen. Sieht so aus, als wäre es hell draußen. Aber es ist nicht hell. So. Also bisher nichts Neues in der Gruft. Wo geht's denn zum Tempelbezirk? Da. Wenn du mich mal da hingehen lassen würdest. Ich hab ihn nur noch angeguckt, und er ist umgefallen. Umgepustet hab ich ihn. Ich hätte furzen können, und er wäre umgefallen. Der Ghoul-Vertrag. Ich muss Valorat aussuchen, um meine Belohnung zu erhalten. Yeah. Dann hätten wir das auch geschafft. So, im nächsten Video werde ich mich dann ins Tempelbezirk zurückbegeben. Ins. In den Tempelbezirk, so. Äh, ja. Also bis zum nächsten Mal.